Also es ist sehr geteilt auch gespalten. Also so wie die Menschen gespalten sind, so ist auch der Stadtrat gespalten. Wir werden als AfD überall ausgegrenzt, diffamiert, beschimpft. Die Stadt ist zerstritten. Also hier ist alles schlecht, woanders ist es besser. Das kommt von den Älteren, das wird auf die jungen Leute übertragen. Sie ist zerstritten, weil sie um ihre Zukunft beint. Wir waren 38.000 Einwohner. Wenn wir jetzt mal mit 16.000 rechnen, dann hat es sich mehr als halbiert. Also schon eine drastische Entwicklung. Wir sind in Weißwasser, im Norden von Sachsen, kurz vor der polnischen Grenze. Ganze Generationen sind hier einfach weggezogen. Was aber passiert mit einer Stadt, wenn dort kaum einer noch leben mag? Wir treffen hier Menschen, um das herauszufinden. Auf dieser Baustelle werden Wohnungen nicht gebaut, sie werden abgerissen. Es gibt einfach zu viele hier in Weißwasser oder zu wenig Menschen, je nachdem. Woanders wird gebaut in Deutschland, da ist der Wohnraum knapp und hier ist der Wohnraum da. Wie finden Sie, dass das hier, die Stockwerk, zurückgebaut wird? Ich meine, Weißwasser wird nicht wieder so groß, wie es mal war. So, und was soll's? Soll das leer stehen? Das kostet bloß alles. Manchmal fühlt es sich hier so an, als ob die Stadt mit den Nachwirkungen einer weit zurückliegenden Naturkatastrophe zu kämpfen hätte. Nur hat es die nie gegeben. Es sind noch immer die Folgen der Wände, die der Stadt das Leben rauben. Torsten Pötzsch ist der Oberbürgermeister von Weißwasser. Das Problem war eben auch, dass die Menschen eben keine Arbeit hatten und dadurch der Arbeit hinterhergegangen sind und gezogen sind und neue Perspektiven gesucht haben. Und auch die Menschen, die dann danach gekommen sind, denen hat man zu wenig gezeigt, was es für Möglichkeiten in der Region gibt. Noch immer steht fast jede fünfte Wohnung in der Stadt leer. Dabei wurde schon so viel abgerissen. Auf das Projekt hier ist der Bürgermeister stolz. Bei der Platte werden nur zwei Stockwerke abgetragen, der Rest darf erst mal stehen bleiben. Noch vor ein paar Jahren ist man viel radikaler vorgegangen. Jetzt sind wir schon in der Südstadt mittendrin, also in der ehemaligen. Jetzt braucht man sehr viel Fantasie. Hier standen Hochhäuser, hier dahinter, elf Geschosse. Hier war alles bebaut, Schulen, Kindergärten. Heute steht von der Südstadt nur noch das Einkaufszentrum. Der Rest wurde Anfang der 2000er abgerissen. Dabei war das Stadtviertel erst zur Wende fertiggestellt worden. Jetzt hat die Natur wieder übernommen. Wir besuchen Lutz Buschmann in seiner Praxis. Wie es um eine Stadt steht, bekommen Ärzte besonders gut mit. Das geht los. Er ist Gefäßspezialist und weiß wohl besser als jeder andere, wie es um die medizinische Versorgung der Stadt steht. Wenn in dem Land Sachsen der Hausarzt im Durchschnitt etwa 1000 Patienten im Quartal macht, liegt der Durchschnitt hier in dieser Region deutlich höher. Also der liegt bei 1600, 1800. 1990 war das Durchschnittsalter in Weißwasser 38. Heute ist es über 50. Und nicht nur die Patienten werden älter, auch die Ärzte selbst. Und so gibt es immer weniger von ihnen. Von den zwölf Hausärzten in Weißwasser sind die meisten über 60. Auch ich werde nächstes Jahr 60 Jahre alt und ich mache mir schon mal auch Sorgen um mich selbst. Wer wird mein Hausarzt, wenn ich hier in den Ruhestand trete und auch diverse Erkrankungen bekomme? Das Land Sachsen bietet Ärzten inzwischen 100.000 Euro, wenn sie sich in der Region niederlassen. Aber selbst dieses Angebot hat bisher kaum einen angelockt. Jungen Leute kommen kaum hier an die Region und dann ist es eher schwieriger. Bereicht ihnen das Sorgen? Ja, natürlich. Lutz Buschmann meint, die immer schlechtere Versorgung hier könnte für die Menschen zu einem ernstzunehmenden Risiko werden. Eine große Ausnahme und deshalb eine große Hoffnung für Weißwasser ist Bruno Seiler. Er will unbedingt Arzt werden und zwar hier in Weißwasser. Ich bin hier auch zum Gimmi gegangen, also auf die Schule. Ja, ich bin sehr heimatverbunden. Ich mag die Region hier und ich bin, wenn man das so sagen darf, ein ziemliches Dorfkind. Das Problem nur, in Deutschland hat er keine Chance auf einen Studienplatz für Medizin. Mein Schnitt wird nicht ganz passen, weil für Medizin braucht man ja 1,0. Doch die Not ist so groß, dass man erfinderisch geworden ist. Bruno Seiler kann jetzt doch Medizin studieren. Nicht in Deutschland, aber an einer Privatuni in Ungarn. Und Sachsen übernimmt die Kosten. Ein Auslandsstipendium für künftige Landärzte. Einen Studienplatz in Deutschland darf die Landesregierung ihm nicht anbieten, so will es das Unisystem. Wir fahren weiter. Wir wollen wissen, wie es um die Wirtschaft steht in der Region. Hier sehen wir ein bisschen was. Steffen Söll gehört die Firma SKL. Ein mittelständischer Anlagenbauer etwas außerhalb von Weißwasser. Auch er macht sich Sorgen um den Nachwuchs, würde gerne mehr Lehrlinge ausbilden. Nur findet er keine. Die Schüler glauben nicht an die Heimat. Schon dort merken wir, dass die Region von innen heraus ein ziemlich schlechtes Image hat. Also hier ist alles schlecht, woanders ist es besser. Wir wollen raus. Dazu kommt, inzwischen sind so viele Menschen weggezogen oder in Rente gegangen, dass Firmen auch keine Fachkräfte mehr finden. Dabei ächzte die Region noch vor ein paar Jahren unter hoher Arbeitslosigkeit. Wenn wir auf die Firma SKL heute und jetzt schauen, dann haben wir tatsächlich ein Fachkräfteproblem. Das Geld wird immer wieder vorne herangestellt. Man will gerne mehr verdienen. Also Leute sehen eben gerne die Vorteile auf der anderen Seite. Das ist vielleicht auch ein bisschen was typisch Deutsches. Die nächste Herausforderung steht an. Eine richtig große für die Region. Der Ausstieg aus der Kohle. Auch seine Firma hat jahrzehntelang als Zulieferer davon gelebt. Jetzt soll Schluss damit sein. Die Kohlearbeitsplätze in der Nachbarschaft sind schon weggefallen. Die Hallen abgerissen. Stattdessen nur noch Sträucher und Wiesen. Ist da ein bisschen Wehmut dabei, höre ich das richtig? Natürlich, wenn sie hier in einem angestammten Industriegebiet sind, wo mal wirklich der Bär gesteppt hat. Und wenn sie jetzt hierher schauen und das ist alles nur noch Wildnis. Natürlich tut das weh. Das ist eine Region. Also viele, viele Leute haben hier gearbeitet. Und sie sind selten, Familien und ja, sind nicht weg. Jetzt gibt es hier viel leeren Raum, der dringend neue Ideen sucht. Zu DDR-Zeiten hat man hier komplett von der Kohle gelebt. Seitdem sind Jahr für Jahr mehr Arbeitsplätze weggefallen. Und jetzt das endgültige Aus für die Kohle 2038. Hier wird an der Zukunft der Stadt getüftelt. Ein Verein baut in der ehemaligen Glübeln-Fabrik ein Kulturzentrum auf. Thorsten Pötsch ist schon lange dabei. Viel länger, als er Oberbürgermeister ist. Um Leute zu begeistern für eine Kommune, muss irgendwas sein. Muss irgendwas sein, wo es sich lohnt, vielleicht auch mit zu gestalten. Das ist natürlich der höchste Punkt. Deswegen bedarf es eben dieser Orte. Es bedarf eben auch Bildung. Es bedarf einer Bibliothek zum Beispiel. Ein ganz wichtiges Thema. Es bedarf natürlich auch der Vergangenheit. Ein kleines Museum, das wir haben. Und das steht derzeit alles auf der Kippe. Er will die Stadt nicht einfach ihrer Geldnot, ihrem Schicksal überlassen. Thorsten Pötsch glaubt an Weißwasser und an seine Zukunft. Für einen richtigen Aufschwung müssten sich aber viel mehr Menschen für die Stadt stark machen. Und zwar gemeinsam. Nur passiert das nicht. Das Leben im Rathaus ist für den Oberbürgermeister alles andere als einfach. Er gehört keiner Partei an, sondern einer lokalen Wählervereinigung. Also es ist sehr geteilt auch gespalten. Also so wie die Menschen gespalten sind, so ist auch der Stadtrat gespalten. Das hat Folgen. Die Menschen waren zuletzt sehr unzufrieden mit dem Stadtrat. So hat die konservative CDU bei Wahlen im Frühjahr die Hälfte ihrer Sitze verloren. Die Linke auch. Dagegen ist die AfD jetzt die zweitstärkste Partei. Die unabhängige Wählervereinigung von Thorsten Pötsch bekam die meisten Stimmen. Und den Parteien ist natürlich ein Dornenauge, dass eben der Bürgermeister jetzt nicht von einer der etablierten Parteien ist. Und versucht dagegen zu arbeiten. Im Stadtrat ist der Ton politisch scharf geworden. In den sozialen Medien wird er ganz persönlich angegangen. Und kürzlich dann wohl ein Anschlag auf ihn. Irgendjemand hat die Radkappen an seinem Auto gelockert. Er erzählt erstaunlich nüchtern. Das ist eine Situation, die jetzt doch schon ein bisschen nachdenklich macht. Man geht jetzt einmal mehr um sein Auto rum, sozusagen, bevor man losfährt. Und vor allem, wenn man mit der Familie losfährt. Wer hinter der Tat steckt, ist weiter unklar. Doch zuletzt sind Amtsträger in Deutschland immer häufiger Opfer von politischer Gewalt geworden. Wir wollen mit Tino Chrupalla von der AfD sprechen. Er vertritt Weißwasser im Bundestag, ist hier aufgewachsen und lebt bis heute in der Nähe. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Bei der letzten Wahl hat er der CDU den Wahlkreis wegnehmen können. Auch das ein Zeichen für die Stimmung in der Region. Um Kultur in sowas sich zu kümmern, ist sicherlich auch notwendig. Aber das ist nicht das Erste, was wir brauchen. Wir brauchen wertschöpfende Arbeitsplätze, die Geld verdienen. Haben Sie denn den Eindruck, dass das der Schwerpunkt des Bürgermeisters ist, dass er zu wenig sich um die Wirtschaft kümmert? Ich denke, er kümmert sich zu wenig um die Wirtschaft, in der Tat. Und er investiert die letzten Jahre, beziehungsweise auch sein Wirken, hat sich hauptsächlich auf die Freizeit und auf die Spaßgesellschaft konzentriert. Den Abgeordneten treibt der Zustand der Wirtschaft um. Er hat in der Nähe von Weißwasser einen Malerbetrieb. Wir wollen wissen, was Tino Chrupalla zu der Stimmung in der Stadt sagt und zu dem Vorfall mit den Radkappen. Solche Dinge sind einfach unsäglich. Man merkt aber insgesamt die Verrohung, wenn es in irgendeiner Weise politisch motiviert sein sollte, in unserer Gesellschaft, was über alle Parteigrenzen hinweg geht. Würden Sie sagen, dass die AfD einen Anteil hat an dieser Verrohung der gesellschaftlichen Debatte? Also ich sage mal so, die Verrohung der Gesellschaft, beziehungsweise auch des politischen Diskurses, die fand ja schon vor 2013 oder 2014 statt. Also das ist ja nicht mit der AfD gekommen. Diese Spaltung in der Gesellschaft, Inländer gegen Ausländer, Jung gegen Alt, in der Klimadebatte, das ist das, was mir Sorge macht. Deswegen sage ich immer wieder, wir sollten endlich mal anfangen, miteinander zu reden als übereinander. Seit Tino Chrupalla Abgeordneter ist, hat er sich nicht mit dem Oberbürgermeister getroffen. Dabei war er mehrfach ins Rathaus eingeladen. Auch nach dem jüngsten Vorfall mit den Radkappen ist er nicht vorbeigekommen. Wir wollen nochmal mit Lutz Buschmann sprechen, dem Arztausweiswasser. Was denkt er über die Stimmung in der Stadt und darüber, was mit dem Oberbürgermeister passiert ist? Wir treffen ihn zum Kaffee. Seine Frau ist Lehrerin am Gymnasium und mitgekommen. Ich finde das schlimm, dass man auf so eine Art und Weise seine Meinung rauszüttet. Und das kann schon die Wortanschlag auch gewesen sein. Derjenige, der das lockerschraubt, weiß ja nicht den Tagesablauf des Herrn Oberbürgermeister am nächsten Tag. Er kann die Familie einladen und fährt mit 180 Sachen über die Autobahn nach Berlin und verunfallt und alle sind tot. Also ich kann das überhaupt nicht tun. Zwei Menschen, die sich Sorgen machen um den Zusammenhalt in ihrer Stadt und deren Zukunft. Lutz Buschmann erzählt von 2016, als Flüchtlinge auch nach Weißwasser kamen. Wir haben eigentlich auch gedacht, naja, wenn wir die gut integrieren, wird vielleicht auch jemand hierbleiben, weil wir brauchen Leute hier. Und wir sind überhaupt nicht ablehnend gewesen. Und mittlerweile in den Jahren bis heute sind die Flüchtlinge auch geflüchtet wieder von hier leider. Es ist kaum noch jemand da. Und wir haben eigentlich die Unterkünfte dort, wo Flüchtlinge waren, mittlerweile sind die alle leergezogen. Und wir sind schon ein bisschen traurig. Auch die Flüchtlinge sind weitergezogen, wohl an Orte, die ihnen mehr Chancen bieten. Bei allen unseren Begegnungen fällt uns eins auf. Der Redebedarf hier in Weißwasser ist groß. Die Menschen wollen zeigen, dass sie sich engagieren für ihre Stadt. Viele zumindest. Thorsten Pötzsch erzählt uns stolz, es würden wieder mehr Kinder geboren. Auch er ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Die Menschen hier hoffen auf einen Aufschwung. Sie wollen, dass es wieder bergauf geht. Aber sie warten schon sehr lange.